Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Altes Behindertensprichwort. Lieber eine Blinde im Bett, als eine Taube am Dach. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche, und das war auch der letzte Montagswitz, der von der Bank Austria gesponsert wurde. Ich bedanke mich, und ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, erzählt dem euren Freunden, teilt dem mit euren Lieben, euren Arbeitskollegen, und habt damit einen guten Start in die Woche. Wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, ein Abo hier, oder ein Like auf meiner Facebook-Seite, MabacherTV, und ihr seid garantiert wieder dabei. Bis dahin, Baba!